Ja, und genau darüber wollte ich mit Ihnen sprechen, Minnie. Über den Raub. Damals. Wollen wir etwas trinken gehen? Jetzt? Ihr Onkel müsste gleich zurückkommen. Ja, dann sollten wir uns beeilen. Wenn es um diese Sibylla Mai geht. Wen? Um die Räuberbaroness aus Berlin. Sie sagten doch eben... Richtig, richtig, Minnie. Es geht um diese Baronin. Um das, was Sie hier sucht. Ja. Ich glaube nämlich, ich habe sie gefunden, Minnie. Die Baroness? Die Beute. Was? Also, ich war auf der Arbeit. Auf dem Friedhof. Bei der Arbeit. Als Totengräber. Sie arbeiten als Totengräber? Ich dachte, wenn ich sowieso auf die Beerdigung muss... Seit wann denn? Seit fünf Tagen. Das heißt, ehrlich gesagt, habe ich schon wieder gekündigt. Ich weiß nicht. Die Be muerte. Denn was ist oracht war jetzt. Und ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das Thema ist auch nicht. Aber sie ist니 Crawf.